Willkommen zur nächsten Schatzsuche in Forza Horizon 5 und zwar ein Emblem mit Vögel, das ist, Bentley hat ja Flügel und ich nehme den von 2017 Bentley Continental Super Sports, ich denke mal das dürfte mit jedem Bentley funktionieren damit 10 Sterne erreichen, mit einer, ja mit diesen Gefahrenschildern hier, ich nehme das hier Kann jetzt ein bisschen länger dauern, es sind halt 10 Sterne, die man holen muss Oh na, der ist Oh, der wird nix Eis ist doch Eis ist doch immer so klar Hier springt man tausendmal, es funktioniert und dann macht man damit eine Schatzsuche und fehlgeschlagen Ich weiß ja nicht Ey, das gibt's nicht Ah, da nehme ich eine andere Ähm Dann machen wir das hier Alle weg Das gibt's doch nicht Ähm Ja, warum nicht die Da dürfte das hoffentlich besser funktionieren Das liegt an dem Auto Das kann ja nicht sein Egal, er zählt Nein, ich weiß nicht Es ist das Auto, das liegt nicht... Ey, das ist doch so ein... Fehlgeschlagen, ja, schon in der Luft. Ey, das gibt's doch nicht. Dann versuche ich's mal, wenn ich nicht ganz so schnell fahre. So, mit 300. Ja, das sieht... Ja, 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 ja. Okay, okay, 300 funktioniert. Zählt der eigentlich mit? Nein, macht der nicht. Okay. Ja, so mit 300 ist gut. Ja, der zählt. Ah. Ah. Ich wollte Schnellreise machen. Ah. So funktioniert es wirklich, so ist es okay. Ja jetzt. Endlich. Ja komm zeig an. Ähm. Ich geh mal. Ja hier hin. Ähm. Okay. Finde den Schatz, ja. Nein. Ich würde ja sagen, der müsste hier in der Straße sein. So, dann ist dann hier die Schatzkiste. Die ist hier auf der Karte. Und die steht halt hier mitten auf dem Platz. Ich bin zweimal vorbeigefahren. Äh. Die steht halt mitten auf dem Platz. Ich habe sie nicht gesehen. Das war es dann auch mit der Schatzsuche. Es geht weiter dann mit Fotoherausforderungen. Hier genau. Wöchentliche habe ich noch. Und die Fotoherausforderung, genau. Die ist auch noch da. Das war es dann hier mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.